Ihr wollt wissen, was beim ehemaligen Restaurant im Rösli Spiezweiler gebaut wird? Kleine oder grosse Wohnungen, Reihen, Doppel- oder Einfamilienhäuser? An der wahren Gewerbeausstellung WGA in Spiez vom 3. bis 6. November könnt ihr bei uns im Stand mehr erfahren. Für mehr Lebensqualität, die Villagasa, euer Vermarkter für Wohnungen. Mein Name ist Markus Gerber. Mein Name ist Markus Gerber. Mein Name ist Markus Gerber.